Mein Gott, was für eine Woche. Ein Kardinal, der über Jahrzehnte die katholische Kirche geprägt hat, der gerät unter gravierenden Verdacht, sexuelle Gewalt an Minderjährigen verübt zu haben. Mögliche weitere Betroffene, die können sich melden. Und vor dem Kölner Dom da feiern hunderte einen Segnungsgottesdienst. Segen für alle. Homosexuelle, Queere, Wiederverheiratete. Alles im Zeichen des Regenbogens. Eine bunte, lebendige Gemeinde und der Mädchenchor am Kölner Dom, der singt am Ende. Am Rande stehen festlich gekleidete Gläubige und beten lautstark und unüberhörbar den Rosenkranz, weil sie keinen Platz für den Segnungsgottesdienst in ihrer Kirche sehen und den Segen für alle als Kampfansage betrachten. Im Dom selber, da wird auch gebetet und ein Gottesdienst aus Anlass der Amtseinführung von Kardinal Woelki vor genau neun Jahren gefeiert. Kardinal Woelki, der auf Anweisung aus Rom einem Pfarrer in seinem Bistum gerade doch solche Segnungsgottesdienste verboten hat. Am letzten Wochenende erst marschierten die einen bei ihrem Marsch für das Leben. Zum Boykott gerade dieses Marsches rief der größte katholische Jugendpfand, der BDKJ, auf. Die Polarisierung der katholischen Kirche, die wird immer, immer deutlicher. Die Fronten verhärten sich. Man darf bei dieser Ausgangslage sehr gespannt sein, wie sich die deutschen Bischöfe bei ihrer Herbstvollversammlung in der nächsten Woche verhalten werden. Die Bischöfe, die bekanntlich in ganz zentralen Punkten längst nicht mehr ein Herz und eine Seele sind und für alle unüberhörbar auch nicht mehr mit einer Stimme sprechen. Streit ist notwendig. Den gab es auch schon zu Zeiten der Jünger Jesu. Wie sonst sollte man denn den rechten Weg des Glaubens und den rechten Weg der Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit auch finden? Was es aber dabei auf keinen Fall braucht, ist selbstherrliche Ausgrenzung. Wer gerade im Streit der Schwester im Glauben eine andere Kirche empfiehlt oder dem Bruder bescheinigt, dass er doch gar nicht mehr katholisch ist, dem sei dringend der letzte Wunsch Jesu ans Herz gelegt. Alle sollen eins sein, damit die Welt glaubt. Ingo Brüggen-Jürgen für DOMRADIO.DE UNTERLA